hallo und herzlich willkommen zurück zu war von der max ist natürlich auch wieder am start weil thomas immer noch im urlaub ist das ist ziemlich lang im urlaub aber diese folge diese woche ist die letzte woche er ist glaube ich sowieso wieder da wenn ich glaube er ist schon wieder da in der folge in der folge in der woche wenn diese folge kommt genau you're right though so jetzt bin ich mal gespannt hier meine erwartungen sind jetzt nicht so hoch das nächste team habe gar keine es ist aber aus als wäre das matchmaking besser es ist echt so mal tatsache ja da alle sieger zwei mehr geil in der runde kann ich jetzt wirklich mal was machen sagte er sagte er zwei schweeter verweck fahr doch weiter du holen fahrrad ich habe mit werden sollen ich weiß das sehen sie natürlich auch geile muss ich darauf schießen was ist ja von situation so ist man scheißegal Ach Alter, jetzt stehen sie wieder mitten auf der Straße, bloß er da vorne ein fetter Max steht. Könnte das haben. Gegner Team ist sogar ein Goldnob. So, schocken wir die Gegner mal ein bisschen hier. Oder auch nicht, weil ein toller M36 immer wieder links außen steht. Weiß ich, ich hab ja persönlich irgendwie jetzt gar keine Probleme, wenn Leute sowas machen. Ist komisch irgendwo hinfahren. Ja, fahr doch gegen das Haus, Alter. Jetzt hast du davon. Ja, denkst du, dass du den M4 ausmanövrieren kannst? Das ist gut, Tiger, Alter. Jetzt ist er tot, endlich. Was macht unser Team? Ach, da steht der. Den haben sie auf offenem Feld vergessen. Das ist doch witzlos. Ich glaube, da hinten hast du es ruhiger. Aber pass auf nicht, dass er erschossen ist auf der Brücke. Das ist doch witzlos. Was? Ist das ja irgendwie so der Goldtag oder was? Schock, ey. Ich bin schon wieder ein 220er, Alter. Oh, und schon wieder ein TG1, der fast direkt vor mir steht. Wo hat der geworfen? Haha, Team Caleb. Woop. Ich komm bei dem auch nicht durch. Willst du mich verarschen? For fuck Snape, Alter. Lass mal Snape fucken. Das ist ein Biest, Alter. Was meinst du, Biest? Äh, P, irgendwas. Italiener, glaub ich. Ja. Oh, ich hab's überlebt. Okay, aber ich brenne, scheiße. Kann ich auch mal aussteigen. Ja. Okay. Geht er bis 5 da, witzig. Uuuhh. Ach Gott. Und die Selbstmoderade stieg heute auf 2. Ganz ehrlich, da ist dieses Vorhaben, in die Area 51 einzubrechen, leichter jetzt auf dieser Scheißkarte zu fahren. Und das sind die Mates möglichst besser, weil man sie zusammen scheiß kann. Stimmt. Und zwar auch körperlich. Ja, okay, gut. Ich sag mal, wenn du was ich irgendwo auch physisch mit Leuten zusammen in dem Team Warfare spielen würdest, würdest du dich ja auch zusammenfalten, Alter. Wie du aus dem Scheiß gespielen würdest, ey. Das Staturf wollt'n die Fresse hauen. Damit diese komische Neuen-Spieler und der das komisch, ne? Ja, genau. Boom. So würde das laufen, dann wäre das scheißegal. Ja, ja. Weil manche Leute stellen sich hier echt dann viel zum Scheiß. Chaser einpacken, ne, Chasern. Oder eher so gut treiben die Full Mario. Ja, man. Man kann natürlich sagen, ja, wir sind in Arcade, sei mir etwas überempfindlich. Aber come on, ist es Arcade. Also, es ist voll einfach. Man sieht die Gegner, der, 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 du hast Zielhilfe. Der Spiel sagt dir, ob du wahrscheinlich durchkommst oder nicht. Ist nicht schwer. Wenn ich raten darf, dass wieder irgendwelche Spastis da hinten stehen. Und dann wieder vom Berg runter schneiden, ja. Die Annahme unterstützt sich und stemme meinen Arsch mit Richtung da hinten. Wirklich, der ist der V. Oh, Tiger 2 links. Stimmt. Oh, das ist ja ne Ding, das ist ne Senke. Komm schon. Komm schon, Franzose. Au. Der steht mitten im Offenen, dieser kleine Bastard. Niemand hat das für nötig, den abzuknallen. Weißt du was? Ich bin jetzt auch asozial. Au. Au. Entschuldigung. Ich bin jetzt auch asozial. Warum campen die eigentlich alle hier? Kann man doch gar nicht rüberschießen, oder nicht? Mal. Der ist der HV-Raket wahrscheinlich. Ja. Der hat sogar einen getroffen. Und auf die Entfernung. Alles klar. Panzer Eagle können anscheinend Munition abfangen, obwohl man an ihnen vorbeischießt. Nichts war als Bug markieren, aber... Very critical. Das ist der Asozial ist gleich am vorgefertigten Punkt. Jetzt fahr doch dann unter Herrschaftszeiten. Das ist der Asozial. Du Spass. Du Spass hier. Ja. 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 der ist auch komplett leer also wenn du bei uns die herausfahren und sterben und das ein kopf da jetzt raushand und sterben ja ich finde es auch komisch als challenger max vor zwei sekunden Ach halt doch die Fresse! Du Mülltonne! Ja! Vorsicht, der guckt auf dir. Ja! Klapp, Hunter! Hey, Plantine! Ach man, das ist langweilig, Alter. Ich hab keine Angst vor dir, man töte mich doch! Komm, mach was! Machst du denn nix, ha? Warum? Komm? Oder machst du nix? Na komm! Na also, siehst du mal! Schuesslich! Zuflade! ich Ich bin ja witzig, dass die Leute da hinten alle campen. Das können die ziemlich gut, ne? Stimmt, da ist zum Beispiel einer, ein Camper mal weg. Hier, du bist ein Dritter, Max. Null. Aktiv tue ich jetzt mal so. Das war auch schlecht, aber egal. Wer ist da hin, Alter? Woanders hin. Wir haben doch eh gewonnen. Hoffe ich doch mal. Gleichfalls. Gleichfalls. Ja, der 16.50 lebt schon nichts mehr. Schade. Wollte ich nämlich abfacken. Wolltest du den Tod sprayen? Ja. Wer war da drüben gestanden irgendwo? Werde ich so eine zugedonnert? Finde ich witzig, dass die Leute sowas, dass bei solchen Leuten das immer durchgehen, wirst du? Aber wenn du dich da hinstellst und snipelst? Nein. Gibt's ja gar nicht. Oder sag mal, noch nicht. Gibt's ja. Na ja, das war ja dann wenigstens eine nicht so asoziale Runde wie immer, sondern nur 50 oder 75 Prozent Asozialität. Trotzdem nichtsdestotrotz hier, ne? Wenn's euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Oder noch andere Videos. Ja, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Joey va mal wieder. Das war própria und jetzt wieder mit euch unserem Bettenskinker gespielt. Ach, jetzt soll ich gerne mal wieder sein. Ja,asan Ο Bolsonaro noch mal wieder. Das ist ja, gerade stattdessen. Nein, også.